Hey Moritz, na? Na, na groß, ja. Wie hängen die Klöten, sag mal. So redet man auf dem Dorf. Stimmt nicht. Ja, cool. Das ist ja super. Und wie geht's dir, Moritz? Wie war denn deine Woche so? Ich bin mega genervt davon, wie viel ich zu tun habe. Kennst du das, wenn man zu viel zu tun hat und einfach irgendwann nur noch wütend ist? Wütend darüber, dass es einen Termin gibt. Selbst wenn es ein schöner Termin ist. Das kenne ich gar nicht. Ich mache seit fünf Monaten Urlaub. Ja, aber es gibt doch so Leute, die reagieren da wahrscheinlich so drauf mit, na ja, wahrscheinlich nicht mit Gelassenheit, aber mit so Apathie oder mit, na ja, so Durchhalteparolen oder ich fokussiere mich dann immer auf das Schöne, was es dann aber auch hat. Weißt du, wenn ich fünf Minuten lang in der Sonne sitzen kann, dann ist das eben mein Tag. Und ich denke einfach nur, nee, ich bin wütend über jede Sekunde, die ich zu tun habe. Das ist so mein Reflex. Ja, Moritz, das ist toll, dass wir uns da gegenseitig in dieser Stimmung abholen, weil das habe ich natürlich auch. Ich habe das, ich habe richtig, ich habe so eine Stressschulter. Ich habe komplett, also meine linke Schulter ist komplett zu, es zieht richtig, es zieht bis in die Hand. Ja, bei mir ist ein Nacken. Das ist gerade bei mir so los. Ein Nacken zieht runter bis Arsch. Ja, das ist so, ich habe jetzt die letzte Woche, da muss ich jeden Tag ran, irgendwas Wichtiges machen. Und eine Woche lang noch, dann habe ich es geschafft, aber das ist wirklich so eine Woche, wo man sich da nochmal so alles so ganz kurz vor den Urlaub kriegt, weil ich dann ganz, so direkt danach in den Urlaub fliege. Und es ist einfach so, ja, dann ballt sich da nochmal alles. Also ich weiß gar nicht, ob das so klug ist, aber vielleicht einfach das lässt mit dem Urlaub und dafür das alles entzerrt, weißt du? Das könnte man vielleicht auch so machen. Aber ich kenne den Gedanken von, naja, dann packe ich das, das ist ja irgendwie scheiße, dann packe ich es kurz vor den Urlaub, weil dann ist ja nur noch das und danach ist dann ja nur Urlaub. Aber das hat man nicht in einem Termin, sondern hast du irgendwie zwölf Termine, wo du denkst, oh Gott, das ist ja auch noch. Ja, aber es wirkt immer nicht so richtig. Also der Nachteil ist, man fährt dann in den Urlaub und ist dann aber so richtig fertig. Also du brauchst ja erstmal die ersten zwei Wochen Urlaub, einfach nur für, ich komme erstmal klar und dann kann ich mich entspannen. Richtig. Ja, das ist, genau so mache ich es diesmal. Also ich bin dann mal wieder weg ab nächster Woche. Ich freue mich schon drauf, bin dann erst mal vier Wochen in Mailand. Da wird es bestimmt auch mal eine kleine Italien-Folge geben. Bestimmt. Und ja, jetzt ist halt, was ist denn bei dir jetzt einfach gerade los, Boris? Wie ist denn, was musst du denn da alles Wichtiges machen? Was hast du denn da für einen Stress? Naja, ich glaube, es ist die Kombination aus, ja, es ist auch so ein bisschen Arbeit, aber es nervt mich so, dass es gar nicht so viel Arbeit ist. Also ja, ich habe dann so, ich musste falsch, aber lustig, die nächste Staffel habe ich fertig geschrieben und so ein Krams. Stimmt. Also es gibt eine neue Staffel, dürfen wir sagen. Es gibt auf jeden Fall eine neue Staffel. Es gibt eine neue Staffel. Was ist denn falsch, aber lustig? Was ist denn falsch, aber lustig, Moritz? Ja, da kann man, kannst du dir angucken, ist im Begleittext oben. Ja, wollte ich gerade fragen. Gestern gab es eine neue Folge, falsch, aber lustig. Diesmal mit Ivan Thieme. Funktioniert so, dass da drei Leute auf der Bühne sind und dann stelle ich denen Aufgaben. Ja. Und die Aufgaben muss ich eben alle vorschreiben. Ja. Und da wir jetzt auch immer nicht neun Folgen, sondern zwölf Folgen pro Staffel haben, sind es einfach nochmal ein bisschen mehr. Das habe ich alles gemacht. Die neue Staffel drehen wir im Juni. Also es gibt eine neue, größere Staffel. Das darf ich hier mitschreiben, Moritz. Es gibt mehr Folgen ab Herbst. Kann man das sagen? Nee, wir haben ja jetzt schon bei der Staffel mehr Folgen. Das haben wir ja schon für das Jahr 2024 insgesamt durchgeboxt, dass es jetzt zwölf Folgen pro Staffel gibt. Das heißt, jetzt gerade laufen schon mehr Folgen. Aber im Juni nehmen wir die nächste Staffel auf. Leute fragen sehr, sehr viel nach Tickets. Lasst euch gesagt sein, bei Till und bei mir auf dem Instagram-Kanal kann man dann zwei Wochen ungefähr vorher Tickets kaufen. Und das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Und dann ist das auch alles ausverkauft. Also haltet euch ran. Eigentlich als Tipp alle fünf bis sechs Minuten bei uns auf dem Instagram-Kanal eigentlich 24 Stunden am Tag nochmal reingucken. Das wäre sehr gut. Und wenn ihr da seid ... Ja, und wer da keine Karten ... Moment, Moment. Das kriegt mich auch ein bisschen auf. Nee, nee, nee. Nee, Moritz. Wenn ihr bei mir auf dem Instagram-Kanal seid, schon, alle sechs Minuten, gerne irgendein Video nochmal liken, weil das erhöht die Chance, dass ihr ausgewählt werdet für Tickets. Das stimmt gar nicht. Das stimmt natürlich. Ja, doch. Aber ihr seht dann halt häufiger Moritz in den Storys. Nee, aber es ist ja so, wir freuen uns da sehr drüber, dass es so begehrt ist. Aber das ist wirklich ein kleines Ticket-Kontingent. Und das ist sehr schnell her. Und da empfehle ich einfach die Soloshows von Moritz Neumeyer und Till Reiner sehr. Da hat man eigentlich den ganzen Spaß von Falsch, aber lustig nochmal komprimiert in einer 90-Minuten-Liveshow. Ja, so wirklich die Essenz davon. Ja, ich werde in meinem nächsten Programm, werde ich 90 Minuten lang die besten Szenen aus Falsch, aber lustig nachspielen. Aber ich spiele alle Charaktere. Also ich spiele mich und Till und Phyllis Taschtern und wer immer dann da zu Gast war. Aber ja, das ist meine nächste Soloshow. Ja, ehrlich gesagt, würde ich sehen wollen. Ja, habe ich gerade gesagt. Also ich fände es jetzt nicht so ungeil. Würde ich mir auch angucken, ehrlich gesagt. Oder? Fällig ganz in Ordnung. Ja, also das kommt dann bald. Und ab Herbst geht es dann weiter oder so. Oder ab September wird es ausgestrahlt. Das ist ja vor allem wichtig. Genau. Ausstrahlung ist dann erst im September. Weil im Sommer guckt, keiner guckt irgendwas im Sommer. Alle wollen raus, alle wollen Party, Party, Festivals, Bierbong am See rauchen. Und da kann man dann Pause machen. Ja, wollen wieder alle an den See natürlich nur. Ja, dann ist Berlin wieder voll. Ich bin auch schon heiß. Du bist heiß auf den See. Ja, ich bin heiß auf den See. Ich bin heiß auf den Sommer. Ich habe auch das Gefühl, es ist so ein bisschen so, dass man jetzt auch richtig heiß gemacht wurde vom Wetter. Ja. Dass das Wetter jetzt nochmal so richtig scheiße war, dass man sich so wie so eine, das ist doch immer so bei so Techno-Songs, dass man da so richtig doll drauf wartet, dass da so der Beat reinkickt. Dass der Beat droppt. Ja. Dass die Sonne droppt. Ja. Ja, dass die Sonne droppt. Da warten wir jetzt gerade alle drauf. Endlich droppt die Sonne wieder rein, ey. Lass die Sonne droppen. Ey, wir müssen darüber reden, dass du, ähm, ach so, ich wollte hier ganz kurz eine Rückmeldung, Moritz. Ja, bitte. Zu deinem Video. Wir haben ja, wir haben eine neue Kategorie, die heißt Gedankensalat. Da formulieren wir ab und zu so Sachen. Ja. Also sagen wir so Sachen so über die Welt, so kleine nachdenkliche Beobachtungen, die wir machen. Und dann hinterlegen, dann wird das hinterlegt von der Anita, liebe Grüße, unserer Mitarbeiterin, ähm, netterweise mit so einer, äh, cheesy Musik. Und dann gibt's cheesy Bilder dazu. Und das ist jetzt, äh, diesmal schon sehr gut gelungen. Ähm, da haben wir selber das schon so gemacht, als real hochgeladen. Und das kam schon sehr gut an. Und ich fühlte mich dann halt aber fast ein bisschen schlecht, weil es gab mir jetzt auch ein paar Leute, haben das sehr ernst genommen. Ja. Und haben dann so private Sachen darunter geschrieben. Oh, ja. Und das war, das tut mir dann fast ein bisschen leid. Nee, aber... Also einfach auch so ein bisschen so Sachen, die waren dann fast ein bisschen zu privat, wo ich denke, oh ja, so, ja, okay. Weil da will man ja gar nicht mehr sagen, ätsch. Das ist eine ganz unangenehme Stimmung auf einmal. Nee, es ist aber auch nicht nur ätsch. Also das ist so ein Teil zum Ätsch. Ja, es ist nicht nur ätsch. Weil wenn man weiß, wie das entsteht hier im Podcast, ist es ein bisschen ätsch. Ja. Aber das, was ich da sage, ist ja, das ist ja nicht ätsch. Das ist ja nicht... Nee, das stimmt. Es ist ja auch, es war nicht nur dumm. Du hast eigentlich gesagt, dass auch schlechte Erfahrungen Erfahrungen sind und dass man da auch, also dass man das ja erstmal so nehmen kann. Überhaupt als ein Erlebnis ist erstmal schön, überhaupt, dass man lebt eigentlich sozusagen. Also dass man, und da passieren Sachen... Erlebnis kommt erstmal von Leben. Ganz genau. Erlebnis kommt erstmal von Leben. Ja, ist ja so. Also man kann ja auch die ganze Zeit nur im Bett hängen und man erlebt gar nichts. Und manchmal erlebt man, aber es ist besser, was Schlechtes zu erleben, als gar nichts zu erleben. Das war es ja eigentlich. Das war ja eigentlich die Message. So. Ja. Und das stimmt ja. Das ist ja absolut richtig. Und das ist ja das Problem bei... Also es sind super schlechte Sachen. Dann ist es auch besser, wenn man das nicht erlebt. Das ist klar, ne? Aber bei den meisten Sachen muss man sagen, das ist nach zehn Jahren, wenn man nach zehn Jahren zurückblickt, sind es wahrscheinlich Sachen, wo man sich denkt, ach cool, dass ich das hier so überwunden habe oder cool, dass ich da was draus gelernt habe oder so. Auf jeden Fall war das ein Erlebnis, mit dem man macht man irgendwie was. Und das ist ja überhaupt nicht das Problem bei den meisten so, ich sag mal, Bauernweisheiten. Oder, ja, Bauernweisheit ist auch ein bisschen blöd, aber so Sinnsprüche oder so. Ja, aber so hieß das früher. Ja. Aber es sind, man nennt das immer Bauernweisheiten. Aber ich glaube auch deswegen, weil... Also ich glaube, es heißt auch deswegen Bauernweisheiten, weil man früher dieses Klischee hatte von, ja, Bauern sind dumm, die sagen so Sachen. Und aber Weisheit deswegen, weil man merkt, na ja, du kannst halt, das ist ja trotzdem, es muss nicht immer klug klingen, damit du trotzdem irgendwann merkst, na ja, aber da ist was dran. Ja, also genau. Und ich würde... Also die einfachsten Weisheiten sind meistens die, die an am weitesten bringen. Das heißt das, glaube ich. Genau, es ist ja, glaube ich, genau, das Problem und warum sich Leute darüber lustig machen, ist auch nicht, dass die nicht stimmen, sondern dass die dann so manchmal schon so ein bisschen abgegriffen sind. Also, weiß ich nicht. Man will ja viele Sachen so als Wand-Tattoo auch nicht haben, viele Sprüche. Weil, weil... Nicht, weil die jetzt gar nicht stimmen oder so, sondern weil man die schon so oft gehört hat, dass man brechen möchte. Ja, und das ist nicht mehr individuell genug. Wenn jetzt hier jemand kommt noch mit, ja, ich denke mal KPD, nutze den Tag, da willst du jemandem einfach den Kugelscheiber in die Halsschlagader rammen, weil du denkst, das ist nicht dein Ernst. Wie oft habe ich das jetzt schon gehört? Such dir was anderes aus. Ja. Ja, ich weiß nicht, woher das jetzt kommt mit dem Kugelschreiber, warum du ausgerechnet jemandem mit dem Kugelschreiber in die Halsschlag, aber gut, das ist jetzt, das ist offenbar deine Gewaltfantasie gerade. Das ist eine private Angelegenheit. Das ist eine private Sache gerade, ne? Hast du dir ausgedacht, während du da so grummelig sitzt zu Hause und dir denkst, oh, so viele Termine. Ja, und hier liegt ein Kugelschreiber, deswegen kam ich drauf. Ja, ja, verstehe. Ja, ist okay. Ja. Ich würde dich gerne mit einem Vorhang erwürgen, wäre es bei mir, weil ich halt gerade einen Vorhang sehe. Das sind alles so Mordfantasien, die wir dann später nochmal besprechen werden. Es ist bald soweit bei Talk ohne Gast live. Haben wir schon gesagt, wer da ist? Ja, ne? Wir haben uns überlegt, genau, wir haben über uns überlegt, ey, haben wir schon mal angekündigt, aber wir brauchen mal wieder, wir wollen mal wieder eine Folge machen mit Gästen und haben eingeladen in zwei Folgen, einmal Salvo Umsee und Paulina Krasa haben wir eingeladen und Paulina Krasa als Duo, das den Podcast mordlos macht und deswegen, ja, da wird es eine Menge um Mord und Totschlag gehen. Finde ich richtig geil, finde ich richtig spannend. Es ist ein Gipfeltreffen der Podcast, muss man sagen, wir strahlen die so hinter, also wir strahlen die aus, wir müssen aufhören, uns zu sagen, dass wir was ausstrahlen, aber wir senden die Folgen, wir senden die Talk und der Gastfolgen so, nicht wahrscheinlich nicht nacheinander, da wird immer mal wieder so eine Live-Folge kommen und mit Gästen, aber wir wollen das nicht, oder GästInnen, aber wir wollen das nicht übertreiben, ja, aber da dürft ihr euch drauf freuen in den nächsten Wochen, wir machen zwei davon, genau, und die werdet ihr bald hören dürfen, das ist ein großes, man muss sagen, es ist ein Gipfeltreffen der Qualitäts- und Erfolgspodcast, ne, das ist ja so, da sind die Top-Podcasts mal unter sich. Ja, also da ist, und zwar nicht, und zwar, klar, Top-Podcast, da gibt's welche, die werden mehr gehört, aber ich mein, klar, im Radio hören auch alle die Beste aus den 90ern, 2000ern und den 2010ern, aber trotzdem, weißt du, wir machen quasi, wenn es um Radio geht, wir machen die Deutschlandfunk-Kulturveranstaltung als Podcast. Ja, so nischig ist es gar nicht, ehrlich gesagt, das sind schon wirklich erfolgreiche Podcasts, also der Mordlust-Podcast ist der erfolgreichste Truecrum-Podcast, die machen einfach die fucking Mercedes-Benz Arena voll, beziehungsweise Uber, oder wirklich, es gibt auch noch andere Firmen, die ihr Logo verkaufen, was heißt das? Aber, ja, auf jeden Fall machen die da so eine große, crazy Multifunktionshalle voll. Ja. Ja, so, das machen wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie wir jetzt darauf gekommen sind. Du wolltest was ganz anderes wolltest du eigentlich erzählen? Wegen deiner Mordfantasie. Nein, ich wollte nochmal sagen, das hat richtig gut eingeschlagen und ich wäre dafür, dass wir ab und zu mal so einen Gedankensalat machen, wenn uns was aushält oder so. Ja, du, können wir. Ja, und dass wir das mit so schönen Bildern wieder hinterlegen, weil das kam wirklich sehr gut an. Jetzt gab es... Sag Bescheid, ich hab noch welche auf Lager, so ist das nicht. Sag ich dir Bescheid, super. Und dann würde ich gerne der Gabi antworten. Die Gabi hat geschrieben, könntet ihr bei Talkin und Gast bitte nochmal die Jahres- beziehungsweise Monatsvorsätze vorlesen? Das ist so gut und mein Kopf so löchrig. Ich brauche Wiederholungen, absolut verstehen wir alle, und hoffe, der 360-Grad-Qualitäts-Podcast, das sind wir, kann das möglich machen. Gabi, natürlich können wir. Wir sind, wir machen Dinge möglich. Wir sind immer für euch da. Wir sind euer stiller Begleiter. Auch wenn ich ja eigentlich eine ältere Folge anhören könnte, will aber auch darüber informiert werden, was bei euch so geht. Gut, Gabi, machen wir gerne. Gabi? Wie sieht das aus, Moritz? Kannst du da mal recherchieren? Kannst du da mal nachgucken? Wie ist das jetzt hier mit den Neujahrsvorsätzen? Wo waren wir stehen geblieben? Also Moritz hatte so Vorsätzchen, nämlich nicht nur einen Vorsatz für das gesamte Jahr, sondern wir hatten Vorsätze für jeden Monat. Vorsätzchen, so kleine Häppchen, die man immer mal wieder sich vornehmen kann. Moritz, wie sieht das aus? Wo sind wir hier gerade? Also, wir haben es gefunden. Also, es ist so, wir haben im März gesagt, da war der Vorsatz, wir wollen ein neues Gericht kochen. Ja, das war unsere Aufgabe für den März. Das ist ja jetzt eigentlich vorbei. Hast du was gekocht damals, Till? Ja, ich habe einen Pfannkuchen gekocht. Ich habe so Pancakes gemacht. Ja. Ja, okay, ich sage es jetzt einfach. Es ist ein bisschen peinlich, aber mache ich jetzt, sage ich jetzt einfach. Okay, ich habe Proteinpancakes gemacht. Proteinpancakes. Was ist der Vorteil von Proteinpancakes? Ja, es hilft mir sehr in der Aufbauphase. Ja, klar. Ja, es ist jetzt einfach. Also, du brauchst Masse, um die in die Muskulatur zu verwandeln. Ich kann einfach jetzt Eisen biegen, ne? Ja, Eisenstangen wiegen. Das ist für mich, das ist mein Act. Reicht das da, die Pancakes zu essen? Ja, eigentlich schon. Also, ich habe jetzt noch nicht, also, ja, also eigentlich schon, also 80 Prozent entscheidet der Kühlschrank, sagen wir Pumper eigentlich. Weißt du? Ja, ja. 80 Prozent ist Kühlschrank, 20 Prozent ist, ja, da musst du halt mal ein bisschen was machen oder Gewichte gucken oder was. Ja, aber sonst eigentlich Kühlschrank. Also, du isst das und dann zack stark, also es sind gar nicht Pancakes, es sind Bam Cakes. Du isst die und bam, Muskeln eigentlich. So ist es. Ja, genau. So ist es. Okay, ja, das ist cool. Und die habe ich gekocht, die habe ich gekocht, da muss man nämlich statt, quasi statt Mehl nimmt man dann Proteinpulver einfach, weißt du? Also, aber im Endeffekt, also wenn man irgendwie eine Pfanne geworfen, nee, das ist wie ein guter Sauerteig eigentlich. Also du hast diese Protein, hast du da über Tage lang hast du die gezüchtet, hast da den Protein was vorgelesen, dass die auch groß und stark selber werden, damit die in deinem Körper so richtig wüten können, ne? Ja, also ich habe, ja, ja, sagen wir ja. Ja, du hast absolut recht, war eine sehr aufwendige Sache. War gar nicht so, dass ich die gekauft habe und dann einfach so reingegeben, so ein bisschen Pulver reingekippt mit ein bisschen Eiern und fertig, sondern das war schon eine aufwendige Geschichte. Die hatten so Vanillearoma. War richtig, war tatsächlich lecker. War tatsächlich lecker. Und das habe ich dann gekocht und das ist jetzt ein neues Gericht von mir. Das kann ich ab und zu mal machen. Also, wenn ich mal wieder denke, wenn ja wieder die Hulk-Wochen sind, dann mache ich das. Und, so, dann April einmal mit den Leuten von der Arbeit was trinken gehen. Also, da wollte ich ja nochmal nachfragen, weil das habe ich eigentlich streng genommen, also was sind Leute von der Arbeit, also jetzt in unserem Fall, also für April der Vorsatz, einmal mit Leuten von der Arbeit was trinken gehen, ihr habt irgendwie einen Job und einfach mal sich überwinden und mit neuen Leuten, die ihr noch nicht kennt, sagen, ah, wisst ihr was, komm, da kommen wir mal mit, wollen wir uns nicht mal auf ein Bierchen treffen. Kann ja auch ein Bierchen sein oder eine Fanta oder was. Und, das war der Vorsatz. Ich glaube, weil das in unserem Kosmos sehr damit verbunden ist, dass man das sowieso andauernd macht, habe ich das für uns eher verstanden als, da ist so ein Abend, wo man denkt, nee, eigentlich dich, eigentlich habe ich da jetzt gar keinen Bock drauf. Ich weiß, das wäre irgendwie, oh, das wäre jetzt irgendwie dann wichtig, dass man da jetzt irgendwie sich ein bisschen vernetzt oder so, dass man da jetzt ein bisschen, naja, dass man da ein bisschen noch ein bisschen was trinken geht mit diesen Leuten, aber eigentlich sagt alles in mir, nee, lass mal bitte. Aber, weißt du was, ich überwinde mich, ich mache das, vielleicht ist das doch noch ein schöner Abend und dann ist es tatsächlich meistens doch noch ein schöner Abend. Dann ist es meistens doch noch ein schöner Abend und jetzt wollte ich aber fragen, also wie ist das denn jetzt bei uns? Wenn man jetzt zum Beispiel, ich sage mal, jetzt auf so einer Mixed Show ist, ne? Ja. Ist das so? Ja, ich finde, ja. Das sind ja Kollegen, die Comedians, weil die anderen Clowns, mit denen man da zusammen auftritt, ne? Da wollte ich doch mal kurz fragen, weil man muss das ja immer übersetzen, wir haben ja diesen Kinderberuf eigentlich und da wollte ich doch mal kurz gucken, weil wir spielen ja dann auch so, oh ja, wir haben Arbeit und da wollte ich doch mal kurz gucken, wie man das da übersetzt. Also unsere Kolleginnen und Kollegen sind ja eigentlich die Mid-Clowns, ne? Also die Leute, die auch so Witze machen, ne? Richtig? Ja, aber das ist glaube ich eher, es ist, das könnte man sagen, aber es wäre zu einfach. Ich glaube, worum es bei uns dann eher geht, ist ab und zu dieser Verwaltungsapparat dahinter, ne? Dass man nämlich nicht mit den KollegInnen, die man sowieso andauernd rumhängt, sondern dann gibt es diese Situationen, da hat man vielleicht, weiß ich nicht, man hat in einer Sendung mitgewirkt oder war bei irgendwas und denkt dann, ja, diese anderen Leute, die da immer noch so danach so da rumstehen. So Beispiel, Heute-Show. So, wenn man jetzt zum Beispiel in der Heute-Show ist, dann gibt es ja, da arbeiten dann klar, die Leute da vor der Kamera und die machen ihre Witzchen, aber das meiste Team siehst du ja überhaupt nicht. Das sind die ganzen Leute, die da drum rum arbeiten und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nach jeder Sendung gibt es dann auch so eine Art Umtrunk. Man trifft sich dort dann noch einmal in der Kantine und dann hat man noch so eine halbe Stunde Smalltalk mit den Leuten, die wirklich, für die das wirklich ein Bürojob ist und da mit hinzugehen, das ist dann quasi unser Pendant dazu. Habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Ich habe auch viel mit meiner Maske, ganz liebe Grüße an die Steffi, mit der habe ich mich auch dann mit dazugesetzt noch bei anderen von so einer anderen Produktion an so einen Tisch, an so einen Klapptisch und Mittag gegessen und geplaudert. Ich habe auch geplaudert mit einem Fahrer, also von so einer Produktion, von so einer Fernsehproduktion habe ich richtig einen weggeplaudert. Die ganze Lebensgeschichte von dem weiß ich jetzt. Ja, gut. Also ich glaube, ich finde, ich habe das ganz gut gemacht. Hast du das denn auch gemacht? Ich überlege gerade, ich hatte glaube ich in dem Monat April bis jetzt nichts außer, also ich hatte natürlich sehr viel mit meiner Entourage zu tun, die ich sowieso die ganze Zeit da mit hatte. Die zählten nicht, Moritz. Ne, da war ich ja abends freiwillig quasi mit. Und ich glaube, in diesem Monat... Also du hast das jetzt, weil du hast jetzt nur noch zwei Tage, wir nehmen gerade auf am 29. April, wenn ihr das hört, ist ja schon Mai. Moritz, ich würde mich freuen, wenn du jetzt die nächste Zeit, also der Nächste, der dir vor die Flinte kommt, der einigermaßen gesprächsfähig ist, ja, der irgendwie so aussieht, als wäre es, also ich will dich nicht in eine unangenehme Situation bringen, aber wenn irgendjemand halbwegs ansprechbar ist, dann musst du da ran, weil die Vorsätze sind die Vorsätze, das sind unsere Regeln, das ist unsere Bibel, da halten wir uns dran, ja? Ja, okay. Moritz, so. Ja, ja, okay. Wir befinden uns im Monat Mai jetzt, aber wenn ihr diese Folge hört, und da ist die Aufgabe für uns alle, einmal ins Kino gehen, das ist aber schön, da freue ich mich drauf. Ja, das ist was Schönes, genau, aber man muss sagen, du freust dich da drauf, weil für dich ist das ein Ereignis, das kannst du einfach machen, für mich bedeutet das, richtig organisatorischer Aufwand, jetzt hier einmal ins Kino zu gehen, also deswegen, und ich weiß, ich hab da Bock drauf, ich weiß, das ist auch gut für mich, aber es hat richtig Arbeit, weil dann musst du, okay, dann musst du gucken, gibt es irgendwo einen Tag, den muss ich irgendwie freischaufeln, dann muss ich gucken, am besten würde ich das am liebsten mit meiner Frau machen, das ist natürlich mega der Aufwand, weil dann muss ich drei Kinder abends irgendwie betreuen lassen, aber ja, ich hab mir das Ziel gesetzt und ich glaube, wir schaffen das irgendwie. Ja, nicht, dass jetzt auch noch zu viel Freizeitstress dazukommt, mach das Ganze in Ruhe, erstmal, wenn du den anderen Bergarbeiter weggearbeitet hast, ne? Jaja, aber ich hätte da schon Bock drauf, weil ich war selber im Kino auf Tour, hatte ich einen Abend, keinen Auftritt, Dune 2. Ah ja, richtig, Dune 2, siehst du, kannst du Dune 2? Dune 2 angezogen? Ja, Dune, Dune, oder? Ja, Dune, man sagt Dune. Ja, also ich fand den nicht so gut wie den ersten. Ja, ich auch nicht. Aber, ja, war okay. Ich fand den, der erste war wirklich, ich fand den wirklich, wirklich gut für das, was wir da probiert haben, fand ich es wirklich gut. Der zweite ist, ja, ja, ist auch okay. Muss man halt dann aber auch gucken. Hot Take zu Dune 2 ist, Timothee Chalamet, ne? Der Hauptdarsteller. Ja. Der ist nicht so gut. Der kann nicht gut, der ist nicht so ein guter Schauspieler. Der war im, also im, der ist überhype, ich weiß, der ist superhype und so, aber der schreit dann immer so, ab und zu so unmotiviert rum, bei Dune 2. Und man denkt sich so, ja, aber es gibt ja vielleicht noch andere Möglichkeiten, Aggressionen auszudrücken. Also da musst du mit deinem Schauspiellehrer noch mal ein bisschen dran arbeiten, dass du da vielleicht noch mal mehr als zwei Tasten im Repertoire hast. Oder nicht? Das hat man im ersten Teil nicht so gemerkt, weil im ersten Teil musste er nur so ein bisschen noch unbedarft sein und dann der Wechsel zu, oh, ein bisschen verbittert. Richtig. Aber jetzt im zweiten Teil war ja viel auch, naja, eigentlich müsste ich mächtig aussehen. Mhm. Ja, Und wenn ich ehrlich bin, kann ich das nicht schaffen, dass die ZuschauerInnen nicht nonstop immer noch dieses Kind in meinem Gesicht sehen und deswegen brülle ich vielleicht ganz doll. Jep, das ist super komisch. Ja. Ja. Das ist richtig. Ja. Er ist ja ein kleiner, finde ich auch. Also es ist ein kleiner, schmächtiger Typ eigentlich. Der ist ja, also der ist ja nichts daran auszunehmen. Der sieht fantastisch aus. Der sieht super. Ja. Aber es ist irgendwie, nimmt man ihm diesen, also er ist da so ein Führer, also dieser Schauspieler, da geht es irgendwie darum, dass er so ein Anführer ist von so vielen Leuten. Ja, der ist ein großer Anführer. Ja, genau. Und der ist eben nicht groß. Nee. Aber das ist etwas, was einem zum Beispiel bei, der ist ja auch klein hier, wie heißt der? Moos Neumeyer. Nein. Wie heißt der andere? Hier. Der, äh. Hier, wie heißt der? Tom Cruise zum Beispiel. Denn dem nimmt man ja ab, zumindest, dass der so Agent ist und so und dass die Leute Angst haben irgendwie vor ihm. Das geht ja irgendwie alles. Ja, genau. Und bei Timothy merkt man es nicht. Man darf das nicht verwechseln. Ja. Also ja, klar. Also das ist natürlich ein Vorteil, wenn du irgendwie groß und stark und bedrohlich bist, dann wirkst du automatisch groß, stark und bedrohlich. Ja. Und dann gibt es aber Leute, und das ist ja die niedrige Kunst, dass obwohl die gar nicht so aussehen, obwohl die schmächtig und klein sind, die das dann trotzdem schaffen. Erinnerst du dich bei, du kommst nicht mit Namen, aber bei der BBC-Verfilmung von Sherlock. Ja. Ja? Da gibt es Moriarty, der Bösewicht. So. Der Mann sieht nach gar nichts aus, der sieht auch nicht groß böse aus, ja so ein bisschen, aber der ist eigentlich relativ klein, trägt völlig normale Klamotten, hat ein bisschen Gel in den Haaren. Und trotzdem schafft er das, dass der einen Ausdruck in den Augen und im Gesicht hat, dass man denkt, holy shit, du bist der verrückteste und böseste Mensch der Welt. Und das hätte ich mir ein bisschen jetzt auch bei June von ihm gewünscht. Nicht, dass er böse ist, aber dass man das Gefühl hat, der drückt so eine, weißt du, der soll ja das ganze Universum, also seine Leute in den Krieg führen, gegen das gesamte Universum. Richtig. Da muss der ja irgendwas ausstrahlen, dass ich da jetzt einfach nur als Wüstenkrieger da stehe und denke, weißt du was, ich glaube, wir schaffen das. Wenn jetzt Timothy da vorne steht, habe ich jetzt eher das Gefühl von, du, aber ich, also, greifen wir jetzt den Kindergarten an, weil dann könnten wir es schaffen. Aber jetzt das ganze Universum, mit dir jetzt, das weiß ich nicht. Du, weißt du was, ich glaube, ich reite auch mal mit meinem Wurm zurück nach Hause und harre der Dinge dort. Ja. Da hast du absolut recht. Also ich würde zum Beispiel du, ne? Du, Moritz zum Beispiel, wenn du jetzt Anführer wärst von so einem Wüstenvolk, ja? Und du sagen würdest, es ist Krieg. Kann ich mir das mal reinversetzen. Absolut. Ja, ich nämlich auch. Und wenn ich da jetzt so ein Beduine wäre und ich bin da gerade in der Wüste, so, und würde denken, hier, Moritz Neumann sagt mir jetzt, wir ziehen in den Krieg, ne? Ja. Da würde ich, ehrlicherweise, Moritz, und da muss ich dir mal ein Kompliment machen, ja? Du hast es nämlich. Du hast diese natürliche Autorität. Ich würde sofort sagen, okay, ach, wen greifen wir an, ja? Und du würdest sagen, du wärst dann der, der auf die Bremse treten muss und sagen muss, ja, Moment, wir müssen erstmal noch ein paar Positivpfand kuchen, müssen wir, müssen da wohl noch, müssen da wohl noch deinen Speisetrakt runterlaufen, ja? Bis wir jetzt eben den großen Kampf machen können und vielleicht nimmst du auch nochmal hier eine Waffe, hier nochmal einen Stock oder was, was man da so findet, weil ich bin da so motiviert, weil du das, du hast das Motiviert, ne? Du kannst Leute motivieren für einen Kampf, oder? Das siehst du selber auch so, oder? Ja, ich kann das durch, ich kann das durch, durch Nettigkeit, klar, ich kann dich davon überzeugen, dass wir ein Team sind, ich kann dich aber auch mit dem Unterton davon überzeugen, dass du auf jeden Fall darauf hören solltest, in welche Richtung ich zeige, weil ansonsten schneide ich dir und deiner ganzen Familie die Füße ab, ne? Richtig. Das kann ich dir freundlich klar machen, aber das wollten wir nicht vergessen, ne? Weil Füße, aua, aua, ohne Füße im Sand, kommst du schwer die Düne hoch, ne? Da bleibt das hier bei dir nur ein Dune-Teil, Weil der zweite, da hast du keine Füße mehr, Ei, 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 ei. Das ist, also das, äh, muss man echt sagen, das ist bei so, äh, im Medienbetrieb, ne? Bei den ganzen Fernsehärzten und so, das ist eigentlich immer das Beste, das Beste, was man erreichen kann, ist, der ist sehr nett, der kann aber auch anders. Ja. Das, weißt du, das ist der beste Status eigentlich, den man haben kann, weil dann weiß man, okay, der ist völlig freundlich und nett, aber, das heißt nicht, dass er zu allen nett ist und das heißt auch nicht, dass er, also immer nett bleibt und das heißt nicht, das ist sozusagen, man sollte, die Freundlichkeit nicht als Schwäche missinterpretieren. Und dann gibt es eine ganz große Sache, die einige dann missverstehen und zwar dieses Gefühl von, oh, der ist ein bisschen unberechenbar, das dürfen ja nie die Leute empfinden, die für dich arbeiten. Also, wenn du von so einer Hierarchie ausgehst, alle, die unter der Person quasi arbeiten, dürfen das nicht, also, da darf das überhaupt nicht das Gefühl sein. Das Gefühl darf nur sein, Leute, die wichtig sind und die eigentlich dir was diktieren sollten, die also in der Hierarchie über dir stehen, die sollten Angst haben, dass sie morgen keine Schuhe mehr kaufen müssen. Das ist ganz wichtig, nie nach unten, immer nur nach oben. Immer nach oben, so, das ist, das ist eigentlich eine wichtige Lehre hier aus dem Podcast schon. Genau, also, du schneidest der Schlange nicht den Schwanz ab, sondern den Kopf. Das ist das, was wir uns merken wollen. Das ist der Merksatz eigentlich für diese Folge, muss man sagen. Und, also, ganz liebe Grüße an Gabi, da weißt du Bescheid. Wir gehen also diesen Monat alle einmal ins Kino, bitte. Vielleicht gibt es ja auch mal wieder Tage, die sind ein bisschen kühler, dann kann man das ja schön machen. Oder vielleicht ist das auch schon bald wieder Freiluftkinosaison. Ja, Thema Freiluftkino, klar, das beginnt doch. Das ist bei uns nämlich auch, das ist meine große Hoffnung. Das ist, bei uns ist ja hier bald jetzt Freiluftkinozeit. Können wir mal in den politischen Salon gehen, Moritz? Uh, da waren wir lange nicht. Da muss ich aber mal gucken. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal das Feuer nicht ausgemacht. Das wäre gut, wenn wir mal kurz den Kohlenmonoxidmesser mitnehmen. Ja. Der politische Salon. Moritz, ich wollte nämlich mit dem Thema kurz überreden. Jetzt gibt es ja die ganzen, ja, jetzt gab es jetzt wieder in der Vergangenheit ganz viele Interviews mit so Rechtsextremen, ne? Also mit so AfD-Heinis. Ja, weil vielleicht, wenn wir mit denen reden, wird es besser. Ja, und das ist ja offenbar nicht so. Also das haben wir jetzt schon ganz, also das ist ja jetzt seit, also wirklich seit zwölf Jahren gibt es jetzt die AfD, oder seit zu lange gibt es die AfD. Und das wird ja jetzt einfach schon Jahr für Jahr gemacht. Und dann denkt sich ja immer noch ein findiger Redakteur oder ein findiger Reporter, Journalist, wie auch immer, die denken sich dann immer, ja, aber ich schaffe es. Die sitzen dann alle, also ich habe immer das Gefühl, und ich kann das ein bisschen, in gewisser Weise kann ich das nachvollziehen. Da wird irgendwer, irgendwer Rechtsextremes von der AfD wird interviewt, danach zerreißen sich die Leute das Maul darüber, wie schlecht das Interview war, und man denkt sich, diese Leute von der AfD sahen da irgendwie zu gut aus, und dann gibt es eine große Diskussion, sollte man denen eine Plattform geben, ja oder nein. Und dieser Journalist oder diese Journalistin denkt sich dann, ja, das muss man auch richtig machen. Genau, da musst du andere Fragen stellen. Man muss denen, genau, und man ist dann in seinem Kopf, ist man dann auch der Superjournalist, die dann das so perfekt pariert und die richtigen Fragen stellt, und dann machen die das selber auch. Dann denkt sich, ja, ich lade mir mal einen ein. Ich mache das. Ich mache das. Ich stelle denen jetzt. Ich entzauber die. Ich entzauber die. So, und dann ist es jedes Mal das Gleiche, dass es nicht funktioniert, und dass die Leute dann erst mal merken, ach so, so fühlt sich das an, jemanden Rechtsextremes zu interviewen, weil sie immer wieder von dem gleichen Fehler ausgehen. Und den hat man, glaube ich, neulich sehr gut gemerkt, als dann so eine AfD-Heini, ich will denen gar nicht den Gefallen tun, die alle richtig beim Namen zu nennen, mir ist das alles egal. Da wurde ein AfD-Heini interviewt, dem ist dann gesagt worden, hey, da sind doch andere Heinis von dir, die sind ja korrupt, das wird denen zur Last gelegt, das ist jetzt alles rausgekommen, die spionieren, die sind korrupt, was ist da los bei euch? Und dann hat der gesagt, naja, ja, aber Korruption gibt es in jeder Partei. Das war's. So, und ich glaube, der Fehler, den immer noch Leute machen, ist anzunehmen, dass die sich schämen. Ja. Weil ich glaube, dass die versuchen müssen, sich rauszureden. Ja, genau. Und ich würde eigentlich gerne heute mal über Scham reden, also im politischen Salon, weil ich glaube, das hat eine ganz, ganz wichtige Funktion. Scham wird ja irgendwie immer so ein bisschen negativ, erst mal ist es behaftet, würde ich sagen. Und es wird oft gesagt, ah, das ist ein großer Tabubrecher zum Beispiel, oder so, und dann ist es gut, kein Tabus zu haben sozusagen, das ist irgendwie was Positives. Und es ist aber auch was total Positives, wenn eine Gesellschaft, wenn es in einer Gesellschaft Schamgrenzen gibt. Also wenn es zum Beispiel ist so, also das jetzt nicht alle einscheißen in der U-Bahn, das ist schon grundsätzlich eine fantastische Sache. Das ist erst mal gut, ja. Das kann immer mal passieren, dass man da einscheißt in der U-Bahn, ja, hoppla, ja, aber da schämt man sich. Und das ist ganz gut, weil sonst denkt man sich, ah, weißt du was, dann muss ich ja einfach gar nicht mehr aufs Klo, dann mache ich das einfach immer in der U-Bahn. Und das wäre dann nicht so schön für andere, ne. Ja. Das ist ja ganz gut. Nein, das wäre gar nicht so gut. So, und das ist ganz gut. So, und genau so ist es ja auch beim, irgendwie so im Meinungsfreiraum, so im Meinungs-, weiß ich nicht, nennen wir es mal Meinungsmarkt, so, ja. Ja. Dass man da so, dass es da so Schamgrenzen gibt. Weil zum Beispiel, dass man Scham hat beim Thema Lügen oder Scham hat beim Thema Korruption. Und der neue Trick ist ja, von den ganzen RechtspopulistInnen, muss man sagen, ist zu sagen, ja, aber für mich gelten diese Gesetze nicht mehr. Das sind Sachen, die wurden hier gesellschaftlich vereinbart und die sind aber für mich, ich scheiß hier in die U-Bahn. Ja, und? Ich hab kein Schamgefühl. Wenn du kein Schamgefühl hast, dann kannst du eben auch in die U-Bahn kacken. Und dann gehen die JournalistInnen und Journalisten hin und sagen, ich stell den jetzt. Und die sagen dann, hey, sie haben hier in die U-Bahn gekackt. Weil die immer noch davon ausgeht, wenn das erstmal jemand anspricht, dann schämen die sich ja. Die schämen sich ja dafür, dass sie eingeschissen haben. Und dann sagen die, ja und? Ja, hab ich halt eingeschissen. Guck mal, ich scheiß hier nochmal ein. Da scheiß ich nochmal ein. Guck mal, ich schmiere Kacke an die Wände. Und so, das ist das Prinzip. Und die denken sich immer, ah, wenn ich erstmal nachweise, dass sie Nazi sind, dann wählt die, doch, natürlich. Das ist längst nachgewiesen alle. Das sind Nazis, die sind Kacke. So, und die sagen ganz, ja, guck mal hier. Ich schmiere hier alles mit Kacke ein. So, und dann muss man doch einfach nur noch sagen, ja, dann bist du raus hier. So, und dann muss doch die Gesamtgesellschaft so da hinkommen, zu sagen, ja, egal. Ja, sag mal. Ja, genau. Ja, ich glaube, da gibt es noch ein Parameter mehr. Ja, weil du schämst dich. Also, ich glaube auch, natürlich gibt es da irgendwie eine Scham. Ich glaube, jeder Mensch hat eine persönliche Schamgrenze auf jeden Fall. Was die ganzen JournalistInnen, die diese Interviews anleiern, nicht beachten, ist, dass die Menschen, die das auf der Plattform der JournalistInnen lesen, dieses Interview, ja, die können in ihren Teil denken. Die Leute, die aber sowieso entweder die AfD wählen oder versucht sind, die AfD zu wählen, die sind nicht auf der Plattform von der JournalistInnen, sondern die sind ausschließlich auf der Plattform von dem AfD-Heini. Das heißt, wenn da irgendwie jetzt in einem Interview kommt, die sind ja korrupt und er sagt, ja, das stimmt, ja, die anderen Parteien, ja, stimmt, ist so, dann weiß der im Kopf schon, na ja, das ist ja nicht der Ausschnitt, den wir dann unseren Leuten von der AfD und den AnhängerInnen zeigen. Also, wir zeigen ja nur die anderen, wo ich den nämlich fertig gemacht habe. Das heißt, um in deinem Bild zu bleiben, jemand sagt, du hast in die U-Bahn geschissen. Und du sagst, ja, das ist aber, meine Leute fahren alle mit dem Auto, die werden nie in diese U-Bahn gucken. Dann habe ich hier halt hingeschissen, euch stört das, meine Leute fahren keine U-Bahn, und uns ist das komplett egal, ob ich hier reinkacke. Guck mal, ich bewerf dich noch mit Scheiße. Oh, guck mal, da hab ich dir Scheiß, hab ich dir ans Revier geworfen. Ist ja auch egal, das kriegt ja keiner von meinen Leuten mit. Genau, und ich glaube, man muss aber wirklich da wieder hinfinden, zu sagen, okay, wir ächten das und wir haben irgendwie so als Gesellschaft, wenn wir sagen, nee, das ist aber so eine Regel und wenn man sich da nicht dran hält, dann fährt man halt nicht mit U-Bahn. Dann darfst du jetzt hier halt einfach nicht mehr rein und dann wirst du einfach noch nicht eingeladen in Interviews. Und ich hab mich immer gefragt, ihr erinnert euch ja alles zum Beispiel an House of Cards. Da gab es diesen krass korrupten, sehr durchtriebenen Politiker Frank Underwood. Ja. Gespielt von Kevin Spacey, wo man später gemerkt hat, ah, das war gar nicht. Passt. So viel Rolle war da gar nicht. Naja, so, egal. Anderes Thema. Aber der war natürlich, der hat es ja trotzdem super gespielt. So, und der war so total durchtrieben und es war auch allen klar, das ist irgendwie ein Arschloch. Das ist irgendwie, ist das ein schmieriger Typ, ist der mit Vorsicht zu genießen. Und trotzdem haben sich alle immer wieder auf den eingelassen. Und man saß schon immer wieder davor, vor dieser Serie und hat sich dann fragen müssen, warum reden denn überhaupt noch Leute mit dem? Also warum, warum so, und weil die Leute nämlich immer wieder gedacht haben, ja, aber ich fall ja nicht auf den rein. Ich bin der eine. Ich bin der Auserwählte. So, ich bin, ja, ich krieg's. Wir können den ja benutzen. Wir können den doch benutzen für unsere Zwickel. Ja, genial. Und das passiert nie. Das ist immer, man ist nie, niemand ist so gut wie ein Lügner. Ein Lügner kann einfach die ganze Zeit, eine Lüge ist immer besser als die Wahrheit natürlich. Also man kann sich immer durch eine Lüge besser darstellen, als man ist. So, und wenn sich niemand daran hält, sozusagen, okay, wir sagen hier, versuchen ungefähr die Wahrheit zu sagen, dann ist das ja völlig aufgelöst. Dann ist es ja eine komplette Fantasiekiste nur noch. Ja. Und das, ja, und da muss man doch als irgendwie, finde ich, so als Gesellschaft sagen, okay, nee, dann ächten wir die, wir bauen dann Scham wieder auf. Also wir sozusagen, es gibt sozusagen wieder eine neue Schamgrenze. Und dieses Scham ist so, weil das ist ja, das hat man ja sozusagen auch als Kind oder so erlernt, das zeigen einem alle so, hey, das ist Bafui. So, ne, das ist irgendwie nicht gut. So, und dieses Bafui gibt es offenbar gerade nicht mehr. Das ist nicht mehr so da. Und da muss halt einfach die ganze Gesellschaft sagen, nee, das ist Bafui. Das machen wir nicht. Wir kacken nicht in die U-Bahn. Hau ab, verpiss dich. Mhm. Ja, und das ist jetzt die Frage, was ist der nächste Schritt? Weil der normale Schritt wäre zu sagen, naja, wir kacken nur nicht mehr in die U-Bahn, sondern, pass auf, ähm, also, weil dann kackt er einfach nicht in die U-Bahn, sondern dann fahren die alle weiter mit ihrem Auto, um in dem Bild zu bleiben. Das heißt, der nächste Schritt ist zu fragen, naja, aber was machen wir mit den ganzen Leuten, die da im Auto fahren und denen das egal ist, wenn jemand in die U-Bahn kackt? Also, ja, weil man kann jetzt sagen, also, weil alles andere, und das stimmt, also, ich verstehe auch die Argumentation von, naja, wenn wir nicht mit denen reden, dann ignorieren wir das Problem, ja, nee, das ist es ja auch nicht. Also, du musst dann schon, du solltest die nicht in die U-Bahn lassen, damit er das da vollkackt. Du musst aber auch dafür sorgen, dass dein scheiß Auto nicht mehr fährt. Das glaube ich ja auch. Das sind die zwei Wege, immer noch, wie sehr sich da diese vermeintlich alternativen Leute, Rechtsalternativen, ähm, orientieren am Mainstream und sehr, sehr darauf achten, was, wie blinken die gerade, wie sind die gerade angezeigt? Also, das ist ja natürlich so, dass irgendwie die AfD seit Jahren eigentlich fast alle Parteien vor sich her treibt und die immer wieder neue, äh, absurde Asylgesetzgebungssachen machen, als wäre das jetzt das ganz große Problem in Deutschland. Oder gegen das Gendern oder was auch immer. Genau, irgendwie sowas, genau. Einfach so immer neu sozusagen rechte Narrative bedienen und zu sagen, naja, aber jetzt machen wir ja was in dem Feld, dann sollte das gut sein. Und anstatt zu sagen, das sind Felder, die sind gar nicht interessant und wichtig. Die werden wir gar nicht, so, ne, also, da wird nämlich immer wieder behauptet, ja, wir müssen da jetzt eine Antwort drauf finden. Nee, das ist eine Fragestellung, die haben die sich ausgedacht. Ja. Da müssen die ja gar keine Antwort drauf finden. Das sind Fragen, die wurden gar nicht gestellt. Das wurde nur, die wurde nur von Rechten gestellt. Das ist ja nicht, das hilft ja niemandem im Pirna. Das hilft ja niemandem im Pirna, wenn er jetzt weiß, ach, klasse, die haben jetzt eine Bezahlkarte, die Leute, die jetzt immer, also zum Beispiel gibt es jetzt so Bezahlkarten, ja, gibt es jetzt in ganz vielen Bundesländern, da dürfen jetzt also AsylbewerberInnen, dürfen dann, die kriegen dann nicht mehr ein Geld und können dann im Supermarkt einfach frei einkaufen, sondern müssen dann mit so einer blöden Karte einkaufen. So, als würde, so, und das ist dann eins der Argumente dafür ist dann, ja, dann ist das nicht mehr so ein Anreiz für die Leute hierher zu kommen, als säße man da von Hunger und Krieg bedroht in irgendeinem Land und denkt sich, fuck, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll und dann kriegt man aber auf seinem Handy, ja, jetzt gibt es nur noch eine Bezahlkarte und dann denkt man sich, ah, weißt du was, dann mache ich mir hier eine geile Zeit. Ja. Also, wie verrückt ist das? Zum Glück, zum Glück habe ich Push-Nachrichten an, ich wäre morgen losgefahren, Oh Gott, ich wäre morgen losgefahren, aber dann bleibe ich jetzt hier im Bombenhagel. Gott, dann bleibe ich in Somalia. Ja, das ist, es ist zum einen absurd und zum anderen ist es aber genau das, was du sagst, genau. Also, jetzt könnte man irgendwie sagen, also die AfD sagt, ey, das größte Problem im Moment ist so Gender. Gender ist ein ganz, das ist ein ganz, also Gendaren, aber auch, oh, Sexualunterricht in der Schule und Männer und Frauen und Frauen, das nehmen wir da nicht mehr, das ist alles, alles Mischmasch und das könnte man sagen, naja, also pass auf, wir haben eine Liste mit Themen und ich verstehe, dass es einige Menschen sind, denen ist das wichtig, aber die Liste, das kommt weit unten. Also, im Vergleich zu allem anderen, was wir hier haben, kommt das wirklich weit unten. Stattdessen sagen die, das ist ein voll wichtiges Thema und auf einmal sagt die CSU, ja, das ist wichtig, weißt du was, wir verbieten Gendern. In dem Denken von, naja, dann wandern die Leute nicht ab zu der AfD. Was aber passiert ist, dass die Leute sich denken, ah, okay, das ist wirklich ein wichtiges Thema, die AfD hatte recht. Ja, dann wählen wir die doch. Die haben wir darauf aufmerksam gemacht. Ich weiß genau, was du meinst und ich hoffe, dass das passiert, aber die Erfahrung in diesem Land zeigt, dass das nicht passiert. Ja, es ist immer das gleiche Prinzip, aber es wird immer wieder das gleiche Prinzip gemacht, das ist so, dass Leute dann sagen, ah, jetzt gendern ja alle, ja, so, jetzt ist so, jetzt gendern alle. Jetzt könnte man sagen, das stimmt gar nicht. Genau, nee, stimmt gar nicht. Genau, man müsste eigentlich sagen, ja, stimmt gar nicht, ist egal, ist komisch, da schreit jemand einfach nur blöd rum. Lernen das zu ignorieren und zu sagen, nee, das ist Quatsch und dann hören wir mal bitte auf zu schreien. Ja. Aber was irgendwann gemacht wird, ist zu sagen, nee, das stimmt gar nicht, es wird gar nicht gegendert oder es gibt auch Leute, die sagen, ja, weißt du was, ich finde das eigentlich ganz gut. Da gibt es andere Leute, die sagen, ja, ich finde das eigentlich auch ganz gut und dann sagt der Typ, der gerade noch geschrien hat, wird einmal gegendert, ich bin gegen den Gendern und sagt dann, oh, redet ihr wieder nur über das Gendern? Wieder nur über das Gendern? Wo ich sage, ja, das ist ja deswegen, denn du hast ja angefangen mit der Scheißdiskussion. Es gibt ja überhaupt nicht so viele Diskurse, als würden wir uns jemals, als würden wir die ganze Zeit hier sitzen und denken, boah, heute wird wieder einer, heute wird wieder abgegendert. Als würden wir, als säßen wir so zu Hause, als säßen, hey Moritz, hast du das mitbekommen, der hat gar nicht gegendert? Der hat gar nicht gegendert. Als wäre das ernsthaft ein Problem von uns, als wäre das auf der Prio-Liste auch nur auf der Top 20. Das passiert ja gar nicht. Das ist ja nur eine Behauptung und das ist eine, und die wird dann irgendwann so absurd wahr, weil so ganz viele Anti-Gender-Clowns dann sich da so das Maul zerreißen. Ja, aber es funktioniert. Also das ist ja das Ding, es funktioniert ja fantastisch bisher für die AfD. Also warum damit aufhören? Das ist einfach, das Verblüffende ist ja, ich glaube, ab und zu müssen sie da auch sitzen, weißt du, jetzt soll ich wie Kubitschek oder so, die diese ganze Strategie dahinter entwerfen, die müssen doch auch da drin sitzen und zwischendurch denken, selber unter uns Leute, das ist ja unfassbar, wie gut das funktioniert. Also die machen ja, das klappt ja alles. Also das ist ja, das halte ich zu fassen. Weißt du was, nächste Woche haben wir schon wieder drei Interviews. Ich glaube es nicht. Das ist ein bisschen wie Josef Goebbels, der schon lange, lange vor der Machterei von meinte, ja pass auf, das machen wir. Wir gehen rein in diese Demokratie, nach Berlin und dann hebeln wir die aus. Aber die haben so Spielregeln, ja komm, lass die machen. Und dann wurde das gemacht und das hat eins zu eins funktioniert. Man muss jetzt sagen, es funktioniert jetzt gerade nicht mehr so gut, die gehen jetzt schon runter und ich glaube, das wird jetzt auch noch mal mehr kommen dadurch, dass einfach so viele Enthüllungen da geworden sind, dass man sich denkt, also wenn ihr nicht mal das Versprechen halten könnt, dass ihr die sogenannten deutschen Interessen vertretet und die ganze Zeit geschmiert werdet von wahlweise russischen Spionen oder Russland oder China oder da wird auch noch mal Geld angenommen, hier noch mal Geld angenommen, dann denken wir sich so, also das kriegen ja auch wirklich vielleicht nicht ganz so smarte Leute mit, also dass dieses, ja das sind alles Marionetten, die etablierten Parteien, dass das jetzt gerade jetzt nicht mehr so gut verfängt. Das ist jetzt, das steht gerade nicht mehr so gut. Das Schlimme ist, dass die Menschen dann gar keine Partei mehr haben, weil wenn du bei der AfD ankommst, dann auch oft deswegen, weil du alle anderen Parteien scheiße findest und wenn du jetzt die AfD scheiße findest, ja dann bist du halt im Niemandsland. Also die Aufgabe wäre ja schon irgendwie jetzt diese Menschen, dazu zu bringen, zu sagen, ey guck mal, ja gut, aber es gibt noch eine, also es kann ja, es ist ja auch machbar, dass es, dass man Mechanismen findet, die dafür sorgen, dass Leute das Gefühl haben, ich hab hier wieder eine Wirksamkeit und zwar nicht, ich geh alle vier Jahre irgendwo hin und mach ein Kreuz und hoff das Beste und merke, ja, hat schon wieder, haben schon wieder gar nicht das gemacht, was ich gedauft hatte, sondern es gibt ja auch die Idee, dass man sagt, okay, vielleicht gibt man bestimmte Entscheidungen an einen Kreis aus Leuten aus der Bevölkerung, sogenannte Bürgerräte, Bürgerräte und dann kriegst du dann Informationen und dann wirst du dafür bezahlt, dass du da sitzt und zusammen mit 19 komplett anderen Leuten aus komplett anderen Richtungen zusammen entscheidest, ey, ich glaube, wir hier glauben, dass das die beste Entscheidung ist. Das hat man gemacht in einigen Stadtteilen für so ganz kleine Sachen und der Effekt war, dass Leute gemerkt haben, krass, ich hab hier gesessen, ich hab mir das angehört, ich hab diskutiert, ich hab noch Sachen gelernt, ich bin mit einer Meinung rein, kam mit einer anderen da raus, wir haben zusammen Konsent gefunden, das wird jetzt gemacht, guck mal, das hab ich gemacht, das hab ich mit entschieden und das müsste man sehr, sehr, sehr viel mehr machen. Das ist viel besser als... Also das ist quasi wie so eine Jury dann, ne, ist das? So wie so geschworen, also das denke ich dann auch immer, weil das ist ja auch so ein bisschen so eine, ja, irgendwie so eine demokratische Form von, oder so eine Ermächtigung so von einfachen BürgerInnen. Ja, wie so ein kleiner Volksentscheid, dass man nicht irgendwie sagt, so jetzt, das hier wird gemacht, sondern man sagt, pass auf, okay, wir haben die ganzen Fakten hier, ihr seid jetzt hier dafür zuständig, weil ihr wohnt hier, ihr habt davon keine Ahnung, natürlich nicht, aber hier sind alle die Fakten und jetzt, naja, was glaubt ihr, was am besten ist? Und dann kann man sich sicher sein, dass da, weil das eine Zusammenstellung aus verschiedenen Richtungen ist, dass keine Extremsform existieren kann, weil, naja, da ist jetzt einer, der sagt, wir brauchen gar keinen Fahrradweg, der andere sagt, ja, wir schaffen die Autobahn ab und machen daraus einen Fahrradweg und alle zusammen werden irgendwie eine Möglichkeit finden, dass da ein Fahrradweg kommt und alle haben das Gefühl von, ey, ich hab das hier irgendwie mitgestaltet. Gab's eine Menge Pilotprojekte und das ist das, was die meisten Menschen, die zur AfD-Wahlen auch sagen, was der große Bauanfänger am Anfang war, war, wir sind für Volksabstimmungen. Ja, ja, natürlich, ja, ja, das ist ja diese Behauptung von, wir sind jetzt hier die ganz Demokratischen, das ist ja, ja, das ist natürlich Bullshit, aber du musst ja irgendwas finden um diese Menschen, die jetzt vielleicht aus der AfD, die wir denn doch nicht wählen oder die auch das Gefühl haben von, ja, warum soll ich hier wählen? Was soll das hier überhaupt alles? Diese ganzen Nichtwählerinnen musst du irgendwie einfangen und da werden wir, da werden ich und meine Partei in Zukunft mit unserem Namen für stehen. Jetzt habe ich schon gedacht, wohin fahren wir gerade, Moritz? Ja, ist in Ordnung. Ja, demokratische Volkspartei. Können wir jetzt schon nochmal wieder rausgehen, Moritz? Ja, bitte. Jetzt aus dem politischen, weil es ist jetzt auch warm, es ist mir ein bisschen zu warm jetzt gerade. Wir gehen ja auf ganz unangebrachte Jahreszeit für ein Feuer. Oder? Ganz komisch, aber muss halt so sein. Ja. Sonst ist ja, wenn man schon ein Kaminzimmer hat, muss man es auch benutzen. Gut. Till. Okay. Ja? Till, hast du noch Bock auf eine theoretische Frage, die ich dir gerne stellen würde? Ja, gerne. Okay. Dann herzlich willkommen in unserer neuen Kategorie In Spiel. Till, du hast auf den Hund deines Freundes aufgepasst. Okay. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und dummerweise hat der jetzt hier eben auf der Wiese wohl einen anderen Hund tot gebissen. Ah, okay. Jetzt müsstest du den anrufen, bitte. Einmal unter einmal Bescheid sagen. Bitte. Also, das ist jetzt aber der Besitzer von dem Hund, der gewonnen hat. Von dem, ja, ja, also der Hund hat gewonnen. Ja, weil das ist ja, weil du verkaufst das auch direkt in der Beschreibung, Moritz. Es ist schon so negativ angelegt. Naja, also, deswegen negativ. Warte, 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 Wie heißt der denn? Wie heißt der denn? Wer denn? Der Besitzer? Ja. Das ist der Felix. Und wie heißt der Hund? Das weiß ich nicht, das musst du ja wissen. Du hast auch nicht aufgepasst. Ich kenne nur Felix und seine Töle. Okay, alles klar. Dann ruf ich dich jetzt an. Ja, mach mal. Hallo, Felix? Till, alles klar bei euch? Ja, ja, also, die gute Nacht ist, also ich sag mal so, Napoleon hat gewonnen. Was heißt, wie gewonnen? Habt ihr irgendwie, habt ihr Wettringen gemacht oder was? Oder Stöckchen? Weil wir zählen bei Stöckchen gar nicht, weil das ist, ich hab das auch, der Hundetrainer meinte, der soll da gar nicht ums Gewinn gehen, sondern das ist eher so auspowern und Spaß und so. Genau, und, aber für einen Hund ist ja oft Spaß was anderes. Da sind wir Menschen, stecken da ja gar nicht drin, ne? Also wir sind ja ganz, ich hab letztens versucht mit ihm Monopoly zu spielen, da hat er gar nicht mitgemacht. Ja, genau, zum Beispiel. Und für Hunde ist ja Spaß eine ganz andere Sache als für uns. Also die riechen sich ja auch am Po und so oder essen teilweise ihre Kotze. Das würden wir Menschen ja auch nicht machen, ne? Oh, hat er seine Kotze gekotzt wieder, äh, seine Kotze gefressen wieder? Nee, 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 aber ich wollte nur sagen, jetzt über, also ich meine, hab ich mir jetzt neulich einfach gerade Gedanken drüber gemacht, ne? Wir haben ja ganz andere Maßstäbe als die Hunde jetzt für sich, ne? Ja, das stimmt. Und ich glaube, genau, und der Napoleon, glaube ich, der hat jetzt für sich, wenn man jetzt, jetzt nur den Hundemassstab anlegt, ne? Mhm. Dann hat der gerade gewonnen. Ja, aber was hat er denn jetzt gewonnen? Ich meine, der wird ja nicht beim Preisausschreiben mitgemacht haben. Dosen werfen, wird er jetzt auch keine, keine großen Sprünge hier entwickelt haben bei dir zu Hause. dem gehört jetzt die Hundewiese. Der hat den, ähm, dem gehört die Hundewiese jetzt. Der ist ja der Chef jetzt. Wie meinst du? Ja, der hat, da war ein anderer, oder was? Ja, genau, da waren wir jetzt im Park spazieren und da war jetzt ein anderer Hund. Dem gehörte die ursprünglich, die Hundewiese. Ach, diesem Pudel da, diesem riesigen Königspudel da, der so hässlich frisiert. Genau, ja, die mochte ich auch gar nicht. Ne, da haben wir schon öfter, den mochte ich auch nicht. Öfter, Bellkämpfe gehabt quasi. Ja, die bellen sich immer an, aber eigentlich verstehen die sich ganz gut am Ende dann. Wenn man da ein bisschen drauf aufpasst, wenn man ein bisschen mit denen arbeitet, dann geht das eigentlich meistens. verrückte, verrückte Sache. Kennst du das Sprichwort, Hunde die Bällen beißen, nicht? Ja. Kennst du, ne? Ja. Das stimmt nicht. Das stimmt gar nicht. Das ist jetzt so, dass der Napoleon, den, der hat ihn gebissen. Oh nein. muss man sagen. Ja, aber jetzt, ich habe jetzt mal in Hundesprache gedacht, ne, hat er den sehr gut gebissen. Also der hat das sehr gut gemacht. Also wenn ich jetzt ein Hund wäre, würde ich sagen, boah, Napoleon, das ist aber ein klasse Biss gewesen. Also der hat den so gebissen, direkt, zack rein, in den Hals. In den Hals? Ja. Und der ist jetzt tot, der Pudel. Der Pudel ist tot? Der Pudel ist tot, ja. Aber hattest du den nicht an der Leine? Warum hast du den nicht einfach weggegeben? Du hättest ihn da wegziehen können. ich hatte den an der Leine. Ich hatte den an der Leine. Aber dann bist du ja, also du bist mit ihm zu dem Pudel und hast ihn dann tot beißen lassen, oder was? Der hat mich da so hingezogen und ich war da, ich habe auch gedacht, nee, der hat dich da hingezogen. Der hat mich da hingezogen, so, und ich habe auch gedacht, die Bälle... das ist ein Mops, der kannst du auf die Hand nehmen. Der hat dich nicht, was bist du denn, du hast mir doch letztens noch erzählt, dass du dir die ganze Proteinscheiße in dich reinfrißst. Du hast mir doch den Mops da festhalten können. Ich habe einen leichten Tennisarm von vielen Proteinshake mixten. Und ich kann da gar nicht mehr, konnte da gar nicht mehr so widerstehen. Ja, und wo ist jetzt Napoleon? Haben sie den mitgenommen, oder was? Nein, dem geht es gut. Gab es da Zeugen? Wir sind ganz schnell gegangen dann. Was ist mit der Frau, die der Pudel gehört hat? Die hat, da habe ich nur noch gehört, die hat geweint. Die hat das mitbekommen, aber. Ja, die hat das mitbekommen, ja klar. Das ist ja, das kriegt man ja mit. Also Mops, ich habe gedacht, Felix, ich habe gedacht, Felix, dass die sich einfach nur anbellen. So, und dann hat der Napoleon einen so einen krassen Biss gemacht. Ja. Sofort ist der Pudeltot, ja. Da kann ich natürlich auch nichts für, das konnte ich ja nicht ahnen. Und, aber der gute, aber ich finde, wir müssen hier mit einer guten Nachricht erstmal rausgehen. Also, die anderen Hunde haben das auch mitgekriegt. Und, ich sage mal so, da bellt so schnell keiner mehr den Napoleon an. Till, du musst dich um die Frau kümmern. Wieso? Also, du musst dich nicht um die Frau kümmern, das ist, du hast ja hoffentlich, du hast ja hoffentlich, du hast ja Adressen ausgetauscht wegen Versicherungen, dies, das und sowas. Ich habe mir sofort den Napoleon unter den Arm geklemmt und bin abgehauen. Ich bin dann, bin da weggerannt, ehrlich gesagt. Weil ich habe gedacht. Aber das meine ich ja, also du kannst halt, nach wie vor, wenn du dir den Hund unter den Arm klemmen kannst, verstehe ich nicht, wie der dich da hinziehen konnte. Ja, gut, vielleicht, ja, Felix, weiß ich nicht, ob wir jetzt hier so Haar spalten müssen. Gut, dann bin ich eben da hingegangen, weil er mich genervt hat. Ja, mein Gott, gut. Ja, ja, habe ich einmal gesagt fast. Ja, gut, okay, ja, aber es ist wirklich nur, ich wollte ihm eigentlich nur Angst machen, dem Pudel, weil er so genervt hat und dann wusste ich nicht, aber das ist ja auch dermaßen Kampf und das wusste ich gar nicht, dass der Napoleon so, das hattest du mir auch nicht gesagt hast, der sieht überhaupt nicht so aus. Nee, ist auch gar nicht ein Kampfhund. Ja, aber er hat den getötet, er hat den getötet, also so harmlos kann er nicht sein. Ja, wir machen das, wir machen das so, ich fahre jetzt einmal, ich kümmere mich um die Frau und dann hole ich den Felix wieder, dann hole ich den Napoleon wieder ab. Ja, ja, aber okay, schade eigentlich. Also ich habe wirklich eine gute Zeit sonst mit ihm gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der ist ja auch ganz, also der ist wirklich Mops fidel, ist der. Der ist ganz, der freut sich richtig. Ja, na gut, ja, dann bis später. Ja, okay, bis dann, gut, das war es für heute mit ins Spiel. Weißt du, so würde ich das machen. Erstmal so Sachen, erst mal positiv verkauft. Ja, erst mal positiv konnotieren, das ist auch sehr gut, dass man erst mal sagt, ey, auf der, so, was wir auf der Haben-Seite, ne, was da steht, ist ja erst mal wichtig. Genau, was steht eigentlich da, das ist ja ganz wichtig, bevor man dann immer zu diesem blöden Negativen kommt, das muss man ja auch nicht jetzt immer, ja. Ist das ein generelles Verfahren von dir? Ja, das habe ich mir so angeeignet, ja, erst mal, also ganz klassische Sandwich-Taktik, das kennt man ja, ne, erst mal was Positives, dann was Negatives, dann wieder was Positives, so dass man sich denkt, war eigentlich was? Machst du das bei dir selbst aber auch? Wenn du jetzt zum Beispiel, du hast ja wahrscheinlich heute noch irgendeinen Termin, der ist so richtig scheiße, da hast du gar keinen Bock drauf. Machst du das auch so, dass du erst mal denkst, naja, aber der Vorteil ist ja, und dann denkst du da dran, boah, der muss ich da aber noch hin, und dann endest du mit etwas Positives? Ja. Oder machst du das nur bei anderen? Was jetzt heute zum Beispiel, was ist noch so ein Scheiß-Termin heute? Ja, ich muss heute noch so Sachen schreiben, also ich muss halt, also ich mag zum Beispiel total, dass wir jetzt Talk und das live machen, aber ich will das ein bisschen vorbereiten, dann muss ich Sachen zu schreiben, und ich muss auch die Happy Hour, die neue Happy Hour vorbereiten, muss auch Sachen zu schreiben, also ich muss heute noch so zwei Stunden lang Sachen schreiben. Ja, das nervt. Das nervt, und dann mach ich aber davor was Schönes, ja, also zum Beispiel mach ich mir dann einen Kaffee, das ist das Schöne, ja, es ist leider, es ist jetzt so eine Zeit, wo man ganz klein, ja, es sind leider jetzt so kleine Sachen nur, dann mach ich mir einen Kaffee, und dann freue ich mich aber über den Kaffee, ah ja, schönen Kaffee, so, und danach esse ich eine Erdbeere, da gibt es so, ich hab Erdbeere heute. Ah, Ja. Okay, also du, ja, gut, okay. Ja, das ist, das Sandwich ist für mich auch wirklich ein Sandwich oft. Ja. Ist oft was zu essen dann einfach. Es ist auch viel mit Essen, ja, aber das finde ich ganz schlau, ja. Ja, aber das ist sehr gut, das ist sehr schlau, oder? Wie machst du das denn, wie versuchst du dir denn manche Sachen? Ich mach das gar nicht vor, ich mach's nur danach, also ich, ich denk dann meistens an, naja, aber wenn das vorbei ist heute Abend, dann bring ich die Kinder ins Bett, und dann hab ich ja noch drei Stunden mit meiner Frau, das wird auch bestimmt nett, aber das davor fehlt mir meistens noch. Ja, weil das ist auch, das ist eine gute Taktik. Weißt du, was ich festgestellt hab, Moritz, weil wir haben ja schon über Uhrzeiten geredet und so, ne, wir müssen jetzt nicht alles aufrollen, aber mir ist echt aufgefallen, 16 Uhr mag ich gar nicht. Ja, das ist eine Scheißzeit. Das ist wirklich so dermaßen, die Todezeit des Tages, 16 Uhr, ist jetzt für viele, die so richtig arbeiten, also 9 to 5, wahrscheinlich die beste Zeit ist überhaupt, weil man hat mal einen Feierabend, aber ich weiß immer nicht, ist da jetzt noch mit, also der Zauber des Morgens ist vorbei, der Tag ist schon so super angebrochen, der ist schon wieder so ein bisschen alt geworden, der Tag, aber man hat auch noch nicht diese geile Abendstimmung. Ganz genau. 16 Uhr, so ein 16-Uhr-Lehrlauf, das mag ich gar nicht. 16 Uhr ist eine blöde Zeit, so 16 bis 17 Uhr, find ich gar nicht gut. Ab 17 Uhr ist denn wieder nur noch eine Stunde bis Abendbrot? Richtig, genau. Und dann ist schon so ein anderer Modus, aber das stimmt, dieses 16 Uhr ist so, ja, du kannst nichts mehr richtig anfangen. Nee. Ah, es ist noch einfach so, ja, es ist auch immer die Zeit, wo ich denke, ach, es ist erst 4, ach, um Gottes willen, es ist erst 4 Uhr erst. Ja, das stimmt. Es ist irgendwie, also das, das will ich am liebsten dann immer überspringen, muss ich sagen, ja. Ja, ich glaube, für so 9 to 5 Leute ist es wahrscheinlich so, naja, wobei, du machst eine Mittagspause, es ist so 15 Uhr wahrscheinlich, das ist so ein bisschen zeitverzögert, weil du hast wahrscheinlich, viele haben eine Mittagspause, dann hast du danach noch so eine Stunde, wo du denkst, naja, hast du ja noch, ja, ist ja jetzt erst kurz nach der Pause und dann guckst du ja auf die Uhr und merkst, boah, immer noch zwei Stunden, leck mich am Arsch. Immer noch zwei Stunden, ja, 16 Uhr, also 16 Uhr muss man, das ist eigentlich, da muss ich jetzt noch sieben Tage mit umgehen, was ich 16 Uhr bis 17 Uhr mache, das ist ja eigentlich das und das muss man eigentlich, da muss man eigentlich so drüber arbeiten, dass man das gar nicht mitkriegt, dass es jetzt wieder 16 bis 17 Uhr war, das ist so eine nervige tote Zeit ist. Ja, das stimmt. Ja, ich habe jetzt sehr viel Schule, deswegen, also das ist alles bis 17 Uhr, also wenn ich da fertig bin. Du kümmerst dich da, ne? Bist du ja Direktor, bist du ja. Ich bin da. Bist du ja Schuldirektor. Ja, ich habe die Schule jetzt gekauft und jetzt verwalte ich den Bums nur noch, ja. Ja, das finde ich so witzig. Gibt es da auch so Disziplinarverfahren dann bei Lehrern, LehrerInnen? Ist das dann so, dass du dann sagst, ja ihr Meister, das geht, so geht das nicht mehr. Dirk, da muss ich mir immer so aufpassen. Ja, ist das wirklich so? Dirk, das war eine falsche Karte, das war in den Grenzen von, wir machen das in den Grenzen nach 45, hatten wir gesagt, reden wir über Deutschland. Das hatten wir jetzt nicht, das gab es wohl hier im Landkreis schon, aber nicht bei uns an der Schule. Ah, okay. Das gab es bei uns wohl noch nicht. Nee, das ist dann eher so, nee, dann hast du ja also, die Aufgaben sind dann eher so, naja, es gibt vielleicht Unstimmigkeiten im Team, ob der Ausrichtung oder auch manchmal auch, ob der Verhaltensweisen untereinander, ja und klar, da musst du dann im schlimmsten Fall, musst du dann eine Abmahnung aussprechen, ja. Ah, das ist das Geilste, ne? Wie viel Abmahnung, also es ist jetzt nicht so geil, nein, natürlich nicht, nein, das ist furchtbar alles, aber wie viel Abmahnung sind denn eine Kündigung dann? Also wie ist das, weil das ist ja wie eine gelbe Karte, das ist ja eine gelbe Karte für Erwachsene, ne? Ist ja so. Ja, ein bisschen, ja, ich glaube ja, ich glaube, die erste Abmahnung ist so ein bisschen für so einen Warnschuss, dass man sagt, Digi, also wir haben das, also wir nehmen wahr, dass das hier, dass das passiert ist. Ich glaube, dann gibt es noch so eine zweite Abmahnung von, pass auf, also wenn du jetzt, das ist deine letzte Chance und dann ist auch vorbei, glaube ich. Ja, okay. Also nach zwei Abmahnungen ist irgendwie so, ja, also ich weiß gar nicht, wie das offiziell ist, aber ich glaube, nach dem zweiten Mal merkt man irgendwie auch, naja, also ich habe jetzt, also dann wäre das nächste quasi die dritte Abmahnung und da fehlt dann der Wille zu sagen, ne, also das, da geht das, das wird hier noch was. Laden Nazi zweimal in der Talkshow ein, beim dritten Mal, weiß ich auch nicht, was soll das machen? Ja, ich hatte jetzt aber mal einen Bekannten, der hatte jetzt schon so drei Abmahnungen, der hat die richtig gesammelt. Ja. Der war ein Sammler, ein kleiner Sammler, Abmahnungssammler. Ich weiß, also ich weiß noch aus der Schule war das so, da gab es dann Missbilligungen, wenn du fünf Missbilligungen hattest, ne, also erst mal Verwarnung, war dreimal Verwarnung, oder Ermahnung hieß es auch, das war dann eine Missbilligung, fünf Missbilligungen war ein Verweis und ab dem dritten Verweis wurde es eng. Heißt aber, du hattest 15, 15 Missbilligungen, und ich hatte zwölf, und es war jetzt nichts passiert. Okay, aber das war, aber das ist ja, da war, aber da kann man ja wirklich, das ist ja die beste Textaufgabe der Welt, weil da weiß man wirklich, also, also, sag nochmal bitte, das ist ja richtig geil, also das ist ja, also, du hast drei Abmahnungen, du hast drei Mahnungen, Drei Mahnungen, ja. Nach drei Mahnungen kriegst du eine Missbilligung. Fünf, so, das heißt, du brauchst fünf Missbilligungen für einen Verweis. Dann kommt ein Verweis, ja. Dann gibt es einen zweiten Verweis, der ist dann schon im Gespräch mit den Eltern und sowas, das sind ja 15 Missbilligungen. Ja, Moment mal, aber der zweite Verweis, da hast du ja schon 30, hast du schon, nein, da hast du ja schon 30 Mal genannt. 30 Mahnungen hast du da, ja. Ja, da hast du schon 30 Mahnungen gesammelt. Ja. Also, sagen wir mal so, meine erste Missbilligung war die absolute Hölle, ich hab mich so furchtbar gefühlt, ich hab gedacht, das ist, das geht nie wieder weg. Und dann ab, ich sag mal, ab der vierten Missbilligung hab ich gecheckt, ah, das ist hier alles komplett scheißegal. Super. Alter, das ist ja wirklich komplett Banane. Ja gut, dann rauch ich ja auf dem Schulhof, na sicher, warum auch nicht. Ja, ach so, das ist gar nicht, ach so, ich hab das jetzt mal durchgerechnet, das ist geil, das ist so einer, dass so einer von den schlechten SchülerInnen so den anderen erklärt, ey Jungs, Jungs, Leute, ey, jetzt kommt mal her, ich hab das jetzt hier mal durchgerechnet, und nach meinen Berechnungen, ähm, ist das hier scheißegal. Dass man irgendwann so rechnerisch rausfindet, dass das Strafsystem gar völlig egal ist. Ja, also das war wirklich, natürlich, wir durften nicht rauchen, wir waren zu jung, und haben dann da im Wald gestanden, und beim ersten Mal, als wir erwischt wurden, war das, das war die Hölle, hab gesagt, das ist alles den Bach runter. Beim zweiten Mal, hab ich dann gemerkt, naja, es fühlt sich immer noch komisch an. Beim dritten Mal, hab ich die auf uns zukommende Lehrerin einfach nur noch gegrüßt, und hab zu Ende geraucht, weil ich dachte, ja, es ist ja wirklich scheißegal. Leute, das war Talk ohne Gast für diese Woche. Ich sag mal so, lasst euch nicht erwischen, ne? Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Ja, und wenn, ist auch nicht so schlimm. Bis dann. Fritz ist eine Produktion des rbb.